Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unser Thema heute ist Uggi und Ingeborg möchten zum Fotografen. Diesen Titel haben wir uns ganz bewusst gewählt, weil wir heute das Thema Ü40 behandeln wollen. Ich habe heute zu Gast die Anja und die Sinja, die sind beide Ü40 Models, mit denen habe ich schon öfter zusammengearbeitet und wir haben uns überlegt, wir wollen mal ein kleines Statement setzen und sagen, du musst keine 20 mehr sein, um schöne Fotos zu bekommen. Wir wollen euch mal ein bisschen zum Nachdenken anregen, warum sich die Uggi von nebenan nicht zum Fotografen traut, obwohl sie das gerne würde, warum Ingeborg sich immer davor scheut mit ihren 50. Nein, wir wollen euch wirklich zeigen, auch in einem gewissen Alter kann man noch schöne Bilder machen. Jeder ist auf seine Weise schön, man muss nicht 20 sein, man muss keine reine Haut haben. Nein, alles unnötig. Wir versuchen euch auch einen kleinen Einblick in das Set zu gewähren. Wir sind hier ein bisschen Platz beengt, aber wir versuchen es auf alle Fälle. Und wir posten euch natürlich auch wieder die Bilder im Nachgang rein, wo ihr euch selbst ein kleines Urteil erlauben könnt. Und wenn ihr sagt, okay, die drei haben recht, man muss keine 20 sein, ich unterstütze diese Aktion, um weg von diesem Schlankheitsalterswahn weiß der Geier was, sondern wirklich sagen, okay, auch Uggi von nebenan, die kann tolle Bilder machen, dann lasst uns einen Daumen da, postet eure Gedanken in die Kommentare und dann würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Die Links poste ich euch wieder unten rein, wie immer. Also bleibt dran, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik